Ach, da gibt es wieder einen wunderschönen morgendlichen Tagesschiss. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich auf alle Tagesschiss YouTube kacken kann. Also nee, reagieren kann. Kann ich gerne machen, aber ich habe jetzt... Ja, ist nicht mehr so ganz chronologisch. Hier ist das erste deutsche Pfeffeschnörnetei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin der Herr, dass Sie zur Tagesschau. Deutschland und Frankreich wollen Wildschweine aufnehmen, wenn möglich mit anderen EU-Ländern. Nach dem Brand im Wildschweinlager spitzt sich die Situation für die mehr als zwölf Betroffenen auf Deutschland zu. Die meisten von ihnen mussten die nach dem Freien verbringen. Das ist meist tödlich. Das Ausländeramt hat wegen der Corona-Pandemie Scheiße-Warnungen für weitere Risikogebiete in Europa ausgesprochen. Scheiße-Warnungen? Betroffen sind Urlaubsziele wie Senf, Dubrovnik und Deutschland. Erstmals seit 1990 wurde am Vormittag wieder ein bundesweiter Probealarm ausgelöst. Der sogenannte Probealarm sollte als Vorbereitung der Bevölkerung auf Gefahrenlagen... Ne, ich finde, den ABC-Alarm finde ich ja an sich auch relativ wichtig. Ich will ja 20 Minuten vorher wissen, wann ich gefickt werde. Wann ich richtig hier, wann es zum Knall kommt. Ich will das halt gerne wissen. Wenn jetzt mal wirklich so eine Langstreckenrakete oder eine Atombombe auf dem Weg ist zu meiner Region, will ich das ja schon wissen. Überlegt mal. Jetzt mal ganz kurz. Ihr habt wirklich über eine Stunde noch Zeit. Könnt ihr aus der Region, die Atombombe hat jetzt ein Radio, sagen wir, von 25 Quadratkilometern, plus halt noch natürlich die Schockwelle. Und ihr seid auf die Deutsche Bahn angewiesen. Da könnt ihr doch gleich hierbleiben. Da könnt ihr doch gleich zu Hause bleiben und sagen, ich bleibe hier. Ja, Deutsche Bahn. Ja, wir fahren heute leider zwei Stunden zu später. Da können sie gleich sagen, ja, alles klar, ich gehe zu McDonalds. Ich setze mich jetzt hin und gucke der Atombombe hier zu. Hier oben. Da brauche ich auch keinen Alarm mehr. Danke dafür. ...wäre Warntag, Wetter oder Anschläge gekommen. Die Umsetzung ist jedoch aus Sicht des Innenministeriums fehlgeschlagen. Ne, war schon okay. So kam die Meldung... Ich fand den Warntag letztes Jahr sehr gut. Auf Arbeit hatte ich den. Und ich habe die Warnung eine Stunde später. Ich fand es super. Ich fand es wirklich super, eine Stunde später. Dann eigentlich, wenn meistens dann schon zu spät ist, kriegt man dann nochmal eine Warnung. Fand ich gut. Ne, fand ich gut. Manche haben gar nicht die Warnung bekommen. Ähm, die haben halt, ja, sind halt scheinbar nicht wichtig für die Regierung. Die haben sich gesagt, alles klar, der hat nur ein scheiß iPhone. Der kann ruhig, ne, vor die Hunde gehen. Ja gut, das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, ne. Ja gut. Solche Leute brauchen keine Warnung, ne. Ne, ne. Die Apple-Nutzer, ne. Die haben ja Apple. In der Anhalen waren Apps verspätet auf den Smartphones der Nutzer an. Alarm! Die Westen der USA breiten sich die verheerenden USA weiter aus. Mindestens sechs Menschen kamen in den vergangenen Tagen ums Leben. Inzwischen brennt es in USA. Bedrohlich leuchtet der Himmel über San Francisco. In Kalifornien haben die Feuer allein in diesem Jahr schon eine Fläche von mehr als zehn Quadratmetern vernichtet. Nicht. Und nun die Wetterfeuer. Das wird mich steuer. Ne. Ne. Wenn einfach was im Gesicht passiert. Irgendwas. Woher Luftdruck beschert uns viele Orte. Luftdruck. Heute Nacht funkeln in der Mitte oft Luftdruck, wo sich Rana auch nebenbildet. Der kann sich mancherorts bis heute Nacht halten, sonst verbreitet sonnig. Also ich gehe immer, wenn ich weiß, okay, wir haben heute sehr hohen Luftdruck, dann gehe ich immer in die Luftdruckkammer, ne. Weil ich will nie platzen. Ne, meine Gedärme sollen nie platzen. Das ist gefährlich. Im Norden und Süden sind auch Wolken und Wolken unterwegs, die in den Alpen einzelne Schauer springen können. Wolken sind auch unterwegs. In der Mitte unter klarem Himmel heute Nacht auf der Advo Hanneholme im Radruf einstellige Wert am Oberrhein bis 5 Grad. Dort morgen nahe 30 an der See weiterhin unter 50 Grad. Auch am Samstag verbreitet Wolkenschein im Nordwesten und Südost mit unter Schauerschein in den Alpen sind auch Schauer möglich. In den folgenden Tagen meist sonnig und im Südwesten sonnig. Um 22.34 hat Ingo Zamperoni diese... Also, was haben wir gerade erfahren? Es gibt Wetter. Ich finde die Wetter-Apps eh immer total geil. Vor allem, weil ja jeder irgendwie eine andere Wetterdiagnose nimmt oder ein anderes Wetterprogramm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt. Also, manche nehmen das von Amerika, manche nehmen das von Deutschland, manche nehmen das von hier, 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 wie heißen die nochmal? Auch die Norweger, ne? Die Norweger. Und jeder sagt was anderes. Also, ich hatte wirklich auf der Wetter-App hier auf dem PC, sollte es regnen. Auf der Wetter-App auf meinem Handy 30 Grad. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und da soll es auf einmal schneiden. Nee, aber wäre lustig gewesen. Es wäre so geil gewesen, mitten im Sommer, auch Schnee. Siehe Tagesthemen. Ja, nee, ich finde immer, also, wenn es Wetter gibt, bin ich immer drin, weil ich habe wirklich Angst vor Wetter. Da lachen auch immer viele Leute. Ich finde sowas nicht lustig, weil Wetter kann gefährlich werden. Vor allen Dingen Sonne, Sonnenstrahlen, UV-Strahlen, Wind. Kann man sich schneller erkälten, ne? Ja, und wenn schönes Wetter ist, kommt noch die nächste Gefahr dazu. Viele Menschen draußen. Ne? Ist alles nicht so gut. Also, ich bin immer froh, wenn es kein Wetter gibt. Ne? Wenn es kein Wetter gibt, dann gehe ich schon mal spazieren. Da gucke ich mir schon mal gerne mal meine Natur an. Ich fand jetzt auch schön, die haben jetzt bei uns hier in der Nähe, bauen die gerade einen neuen See. Da haben sie gerade den ganzen Wald gerodet und da bauen sie gerade, ja, also viele Leute denken, ja, das ist nur wegen, das ist nur wegen Kohle. Ne, da wird ein See gebaut. Da wird ein See gebaut. Alles gut. Da wird ein See gebaut. Das ist alles für die Natur, ne? Ja, ne. Okay, ähm, Wetter ist scheiße. Wetter, wenn Wetter draußen ist, bleibe ich drin. Ich habe Angst vor Wetter. Ich möchte kein Wetter. Ich möchte damit auch nichts zu tun haben. Und ich hoffe, ihr seid auch so. Passt auf euch auf. Guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtame da und schau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. Bis dann.